Manchmal gerate ich in Situationen, in der ich die Welt gern für einen kurzen Moment in Zeitlupe hätte. Einfach, damit ich sicherstellen kann, dass mein Leben genauso abläuft, wie ich mir das vorstelle. Wie es für mich am besten wäre. Aber da das nicht geht, musste ich schnell begreifen, dass viel Selbstbewusstsein die einzige Lösung ist. Hier sind sieben Dinge, die ich nach dieser Erkenntnis gelernt habe. Jeder Makel macht dich umso einzigartiger. Wer seine Träume erfüllen will, darf sich nur auf sich selbst verlassen. Selbstbewusstsein bedeutet, du weißt, wer du bist und zweifelst nicht an dir. Niemals. Egoismus hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Du musst ohne jeden Zweifel wissen, dass du das Richtige tust. Das Bewusstsein über dich selbst kommt von innen. Fange an, dich und deinen Ängsten zu stellen. Und das wird mit jedem Mal einfacher. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Kristoffer RInt.